Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie ihr an eurer Phoenix 6 Alarme einrichtet, ändert, löscht. Geht ganz einfach. Als erstes fangen wir mit der Mitteltaste an, die halten wir gedrückt. Dann gehen wir mit der nach unten oder nach oben Taste in das Menü Uhren und bestätigen das. Und dann seht ihr auch schon, was unter das Uhrenmenü fällt. Das sind Alarme, Timer, Stoppuhr oder alternative Zeitzonen. Wir gucken uns heute Alarme an, bestätigen die Auswahl wieder. Ihr seht, ich habe ein Alarm hier oder zwei Alarme schon eingerichtet. Aber ihr könnt einfach auf neuer Alarm gehen und den dann einstellen, so wie ihr möchtet. Und dann ist er erstmal grundsätzlich eingerichtet und auf eingestellt. Das könntet ihr jetzt ändern und sagen, ne, mach den aus, mach den ein. Das ist so ein Alarm, den könnt ihr super gut immer mal einschalten. Der ist halt, der hat nichts anderes hinterlegt. So, wenn ich diesen Alarm jetzt aber bearbeiten möchte, dann gehe ich runter auf das Stiftsymbol, suche mir jetzt den Alarm aus, bestätige das wieder mit der Starttaste hier oben. Jetzt kann ich hier den ein- oder ausschalten. So, ich kann hier die Zeit ändern und hier kann ich Wiederholungen festlegen. Das heißt, wenn ich da reingehe, ich kann auf aus, ich kann auf täglich, ich kann an Wochentagen, an Wochenenden oder ich kann benutzerdefiniert sagen. Das heißt, ich möchte dienstags, donnerstags und samstags zu der Zeit geweckt werden. Am flexibelsten seid ihr im Prinzip, wenn ihr es auf aus schaltet, weil dann könnt ihr den jederzeit oder zu jedem Tag einstellen, wenn ihr den braucht. Aber wenn ihr einen einfach hinterlegt haben wollt, dann stellt die Tage halt ein. So, dann könnt ihr hier einstellen, wie der Alarm sein soll. Also, Vibration, nur Signalton oder Ton und Vibration, das ist meine bevorzugte Einstellung. Ihr könnt hier noch einstellen, ob die Beleuchtung mit an- oder ausgehen soll. Ich habe die Beleuchtung immer, dass die mit angeht. Und ihr könnt dem Ganzen auch einen Namen geben, was zum Beispiel ganz praktisch ist, wenn ihr irgendwie eine Zeit lang Medikamente regelmäßig nehmen müsst. Vergisst man schon mal ganz gerne, dann sagt ihr da Antibiotika oder irgendwas. Ich meine, meistens weißt ihr ja dann auch die Uhrzeit, wenn das Ding klingelt, weiß man sowieso, was es ist. Und ihr könnt den hier löschen. So, und das war eigentlich das ganze Geheimnis zu Alarmen. Und in meinen nächsten Videos zeige ich euch, wie ihr das Ganze einfacher erreicht. Entweder die Weckerfunktion auf einen Hotkey legt, also auf einen von diesen Seitenkeys, oder wie ihr das Ganze hier oben zu dem Steuerungsmenü hinzufügt. Weil ihr seht, da habe ich auch den Wecker und dann komme ich nämlich ganz schnell in das Menü rein. Aber, das gibt es im nächsten Video. Also, Kanal abonnieren, beziehungsweise die Playlist abonnieren. Und dann verpasst ihr nie, wenn ich ein neues Video zu der Phoenix 6 veröffentliche. So, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie drunter. Oder wenn ihr Tutorials haben möchtet, schreibt sie auch drunter. Ich mache die euch dann. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.